Mein Vater, meine Mutter, Hanna und ich gucken das erste Fußballspiel unseres Lebens von Anfang bis Ende. Gut gegen Böse. Gleich sechs Bayern sind auf dem Platz und der ganze Stolz der BRD. Aber sie sind gar nicht so gut, wie alle sagen. Die DDR kämpft mit großem Einsatz. Merken kann sich meine Mutter von denen nur einen Namen. Jürgen Sparwasser. Und den nennt sie Spülwasser. Ich habe das Gefühl, sagt sie, der Spülwasser schießt noch ein Tor. Die prophetischen Kräfte meiner Mutter sind beachtlich. Die Bauwasser, Sparwasser und vor! Wir führen jetzt Bauwasser aus Magdeburg. Hier schauen Sie, was der Tourist. Oder durch mich. Die Wiederholung. Noch einmal Achtung, liebe Zuschauer. Eine glänzende Aktion des Magdeburger Schaums, die ihr Überblick behält. Noch ein bisschen vorbei. Und jetzt, wie er sich die Schussposition schafft, überlegt und vollendet. Eine meisterliche Aktion. 12 Minuten vor dem Ende, also der 78. Minute 1 zu 0, DDR-Torschütze Sparwasser. Jetzt ist das Spiel aus, das war's. Es tut aber, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer-Freunde. Deutschland verliert gegen die DDR. Wahnsinn. Der DDR-Sieg macht alles anders. jedin由 wir vor droite, kommt weiter zu probertauchen. Untertitelung des ZDF, 2020